Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trendlupe ausgepackt Video. Mein Name ist Milos und heute ist ein wunderbarer Tag, um euch dieses Komfortkissen vorzustellen, mit euch gemeinsam auszupacken und dann werden wir mal kurz Probe legen. Vorweg, ich werde nicht gesponsert, ich bekomme auch dafür kein Geld, das ist alles meine Meinung. Am Ende des Videos gibt es einen Daumen rauf oder Daumen runter. Ich habe lediglich dieses Komfortkissen zum Testen erhalten. Okay, los geht's. So ihr Lieben, dann packen wir jetzt mal das Komfortkissen aus. Wir haben einen riesen Karton. Im Karton eine Waschanleitung. So, packen wir das zur Seite. Innen befindet sich dann das Komfortkissen. 2 Griffe zum Tragen, wenn ihr das mal in euer Ferienhaus oder sonst wohin mitschüren wollt, dann könnt ihr das hier reinpacken und mitnehmen. So, Preisverschluss. Hier haben wir ein schönes Logo auf der Tasche. Einmal auf. So sieht das dann aus. Jetzt ziehen wir mal das Kissen raus. So, Transporttasche wieder verschließen. Noch zur Seite packen. Wunderbar. Ich bin echt gespannt. Gleich mal Probelegen. Das Kissen ist 1 Meter breit und 1,50 Meter. Passt auf jedes Bett. Und ihr könnt auch verschiedene Bezüge dann auch noch, wenn ihr auch die Farbe nicht gefällt, es gibt im Shop verschiedene Bezüge. Dann könnt ihr euch diese dann kaufen und passend zu eurer Couch, zu eurem Bett, wie auch immer bestellen. So, dann legen wir das mal hier aus. Vom Gewicht her, kann man jetzt schlecht sagen. Das werden so 3-4 Kilo sein. Dann legen wir uns jetzt mal hin. So ihr Lieben, wir haben jetzt das Komfortkissen gemeinsam ausgepackt. Es war in einer blauen Transporterschrift gepackt. Ganz praktisch. Es ist 1 Meter breit. 1,50 Meter lang. Passt auf jedes Bett. Oder halt auf die Couch zum Lesen. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Ich werde auch gleich mal eine Runde Probelegen. Fühlt sich sehr angenehm an. Leicht kühlender Effekt. Im Shop auf komfortkissen.de gibt es auch noch andere Bezüge, andere Farben. Wenn ihr ein blaues Komfortkissen haben möchtet, dann ist das auch kein Problem. Wozu ein Komfortkissen? Ja, es soll angeblich schmerzlindernd sein. Ich habe hier auch noch weitere Infos. Ihr findet die auf der Webseite. In der Beschreibung werde ich auch einiges dazu hinzufügen. Eine bessere Entlastung und Durchblutung des Körpers. Schmerzlindernd und höherer Komfort beim Sitzen, Liegen und Schlafen bieten. Ich bin kein Arzt. Ich bin auch kein Orthopäde. Ich darf euch gar nicht solche Auskünfte geben. Also ich werde es ausprobieren. Ihr könnt das natürlich auch ausprobieren. Ihr könnt euch so ein Kissen bestellen und auch, ich glaube nach 27 Tagen, spätestens 27 Tagen, könnt ihr das dann auch zurück senden und bekommt euer Geld zurück. Wenn ihr halt nicht bequem liegt. Geeignet ist das für Seitenschläfer, Rückenschläfer, aber nicht, wenn ihr auf dem Bauch schlägt, dann macht das keinen Sinn. So, auf zum ersten Probeliegen. Bisschen ungewohnt hier. Normalerweise drehe ich keine Videos im Schlafzimmer. So, dann wollen wir mal die erste Position hier einnehmen. So ist das, wenn man auf dem Rücken liegt. Ja, das ist echt angenehm. Da könnte man sich dran gewöhnen. Muss man natürlich ein paar Tage ausprobieren, ganz klar. Da kann man nicht mal eben nach einer Minute eine Auskunft geben. Also, das ist echt nett. Ich bin so ein Seitenschläfer. Mal gucken, wie das hier so funktioniert. Ja, so könnte man echt schlafen. Das werde ich auch tun. Und dann gibt es ein weiteres Video, wie man denn so die Nächte drauf verbringt. So, zum Lesen stehe ich kurz mal auf. Da soll man diese Möglichkeit haben. Das kann man zum Beispiel auch auf einer Couch so zusammenfalten. Ja, das ist mal richtig geil. Das ist echt mal geil. Dann nehmen wir mal einen Bug in die Hand. Ich kann aber noch ein bisschen runterrutschen. Echt cool. Jo, viel mehr kann ich euch gar nicht dazu erzählen. Ich bin echt gespannt, wie die erste Nacht auf diesem Komfortkissen verbracht wird. Ich werde euch davon berichten. Wenn ihr mögt und wenn ihr die Infos dazu haben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Oder schaut auf der Seite komfortkissen.de mal rein. Da findet ihr weitere Infos dazu. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss, euer Milos. colorfWAY. Schöger Binks. Untertitelung. Vielen Dank.